Die Risikofreude ist zurück, die Marktbewegung zeigt nach oben. Was machen die Anleger daraus? Bärenmarkt, Rallye oder eine Trendwende? Die Meinung der Investoren, die erfahren Sie gleich. Hallo Herr Goldberg, der DAX startet eine Blitzerholung. Unsere befragten Investoren treten jedoch stimmungsmäßig auf der Stelle. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Nun, es ist in der Tat richtig überraschend, was wir bei der heutigen Sentimenterhebung herausfinden. Was wir präsentieren müssen, muss ich schon fast sagen. Nämlich einen unveränderten Börse-Frankfurt-Sentiment-Index der institutionellen Investoren. Der steht bei plus drei, wie die Grafik zeigt. Und das, obwohl der DAX hier 6,8 Prozent an Bewegung herausgebracht hat. Wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Stimmungslagen gehabt. In der vergangenen Woche starker Pessimismus, fallende Kurs. Allerdings beim DAX lediglich gegenüber dem Erhebungskosten vom vergangenen Mittwoch ein Minus von 1,1 Prozent. Und das, obwohl ja die schlechten Nachrichten aus Großbritannien gekommen waren. Und letztlich dann auch ein Stimmungsumschwung stattgefunden hat. Nämlich auf die positive Seite in dieser Woche. Man glaubt ganz einfach, dass die US-Notenbank hier nicht mehr so stark die Zinsen anziehen lassen wird. Und mit den Leitzinsen auch, mit den Leitzinserhöhungen nicht mehr so lange weitermachen wird und weitermachen kann. Und das hätte eigentlich hier für eine Meinungsveränderung sorgen können, sorgen müssen. Aber wir haben keine Verschiebungen per Saldo und auch keine Veränderungen im Sentiment-Index. Seit dem Frühsommer befindet sich der Sentiment-Index der Privatanleger wieder im positiven Bereich. Ist das denn eine nachhaltige Entwicklung? Nun ja, wir sehen hier tatsächlich im Gegensatz zu den institutionellen Pendants, sehen wir hier Bewegung. Unser Börse-Franco-Sentiment-Index, der Privatanleger, der ja negativ war in der vergangenen Woche bei minus 5. Der steigt um 12 Punkte auf einen neuen Stand von plus 7. Hier gab es Verschiebungen. Hier gab es zum zweiten Mal hintereinander Bären-Porsches Position, pessimistische Positionen, die zurückgenommen wurden. Interessanterweise sind 70 Prozent dieser Wechselwilligen, die sind gleich auf die Bullenseite, haben gleich auf die Bullenseite gewechselt. Allerdings ist es fraglich, wie groß diese Positionen sind und ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob sie marktbewegend sind. Also richtig kritisch sieht es hier nicht aus für den Markt, würde ich sagen. In den letzten Tagen haben ja alle Aktienbranchen übergreifend dazu gewonnen. Wie stabil ist denn Ihrer Meinung nach diese Erholung? Nun ja, es ist natürlich wieder so eine sehr starke, schnelle Erholung, die viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt hat. Die Erwartungshaltung war natürlich so stark negativ in der vergangenen Woche, dass man durchaus auch sagen kann, dass der Markt überverkauft war. Wir haben nur noch negative Nachrichten gehabt. Und dann dieser Kontrasteffekt in dieser Woche, da reicht dann, ja, ein paar gute Daten kommen da rein. Dann eine Hoffnung, die auch noch auf wackeligen Füßen steht, ob die US-Notenbank sich tatsächlich beeinflussen lässt in ihrem Kurs. Aber was wir hier sehen, sind zwei ganz starke Meinungen bei den institutionellen Investoren. Beide Gruppen, die Pessimisten und auch die Optimisten, die hatten die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Beide haben es nicht gemacht. Das heißt also, man setzt hier vielleicht sogar auf eine langfristige Entwicklung. Die Pessimisten natürlich nach wie vor auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Und die Optimisten, die eigentlich angesichts der deutlichen Kursgewinne hätten Gewinne mitnehmen müssen, die scheinen hier auch auf mehr zu setzen und zwar auf der Aufwärtsseite. Also die glauben vermutlich sogar an eine Trendwende. Tatsächlich bleibt fest zu halten, obwohl sich bei den institutionellen Investoren nichts bewegt hat, hat sich der DAX bewegt, im Wochenvergleich ein Plus von 5 Prozent. Das geht also auf das Konto von langfristig orientierten Marktteilnehmern. Das bleibt festzuhalten, das vermute ich zumindest. Und letztlich habe ich natürlich keine so tolle Botschaft, weil wir natürlich mit den Zahlen hier aus dem heimischen Bereich nicht allzu viel anfangen können. Es ist ein leichter Optimismus da. Selbst auf Sicht von drei Monaten ist er ein bisschen höher als die nackte Zahl von Plus 3 im Sentimentindex. Das reicht allerdings nicht aus, um hier aus der heimischen Situation eine echte Bewegung für den DAX auszulösen. Der leichte Überschuss von Optimisten könnte vielleicht dafür sorgen, dass man die DAX-Situation insgesamt eher als ein bisschen skeptisch einschätzen muss. Aber letztlich liegt alles in den Händen der langfristig orientierten Investoren. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Goldberg. Und bis nächste Woche. Gerne. 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 Gerne.